Hallo und Willkommen zurück bei Let's Play Breakthroughs! Was wir die schon haben. Ah ja ja. Ok, wo sind wir drin? Gehen wir da. Da und da. Schau. Ich weiß nicht. Es ist frei. Der hat auch mal nun. Wir haben noch einen Daumen. Schallos. Wo ist denn ein? Ich bin der Welt. Die Welt. Spacenaut. Okidoki. Wap. Und wir haben einen? Ok, ich habe ihn in der Welt. Okay, ich habe einen Daumen. Ich bin gut. Ok. Ah, na komm. Ok. Wirklich, du Panne. Wow. Ja, der Hund da fällt mir doch schon ein bisschen zu hoch. Was? Ok, jetzt war ich leise. Und? Also... Oh, shit. Mach's nicht. Fick dich, du Panne. Mann. Ich hasse Spielzeugammer. Da, 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 I will kill you. Da, 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 I will kill you. Ich... Na. Das ist scheiße. Da sind zwei. Da sind zwei, die, die eine Paarinwelle. Nichts, was. Oh, die sieht nice aus. Spielen wir gleich. Dann hört ihr auch noch ein bisschen das Geräusch von Kanonen am Morgen. Oh, ok. Es ist 13.15. Kann man am Morgen so noch ein bisschen Fehler zeigen? Was? Ja, ich kenn mich in der Met nicht aus. Nein, ist das ein... Ähm, sag Spani nochmal. Sag Spani. Komm schon und sag Spani. Was? Ja. Also diese Sprungblatt von mir habe ich jetzt nicht gesehen. Soll das ein Vulkan sein? Was soll das darstellen? Ne Sonne? Schmeißen wir den Granat, bevor es zu spät ist. Und wir haben ihn gekillt. Der Langsache. Frisst das, sag Spani noch mal. Wir haben ihn ein Spanke. Leumannspunk! Boah! 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 Schneeballgranate, das sehe ich nicht mehr oft. Boah! 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 Und ich weiß, ich sing jetzt, ähm, und ich weiß, ich sing jetzt die Totenhosen, weil es mir gerade gefällt. Und wenn es euch nicht passt, dann fickt euch doch ihr Bein. Na, wo? Was? Super, das ist 14. Es ist immer blau, die bin. Ja, okay. Ähm. Schaut. Ne. Ich hab's nicht da. Ich hab's nicht da. Schauen wir mal rein und seien neugierig. Also die Zeit vergeht. Eine 42, 43, 44, 45, 45, 47, 47, 47. Und eine 42, das ist irgendwie nicht gleich. Ich renne jetzt einfach mal, weil ich wurde gefühlt mit einer Galati von Jorgens bin. Der drachlige Spinn! Miese Witze! Mal ein Spezialgeriebt! Sterben! Mal ein Spezialgeriebt! Alter! Fresse Penner! Geh doch selber in Deckung, statt dass du nur mit deinen doofen Eiern da herumschmeißt! Was nie kann denn? Ach Angst, na wirklich. Ach, ja, ja, Schau, Maske, oh, oh... Oh! Auch die anderen Seite! Gute Reaktionen, muss man nun sagen! Ich freu mich schon echt, wenn der Computer-Dienst zu wein... zu wein... Fest der Liebe von Y2D. Ich bin der Kugel! Ich bin der Kugel! Wir fallen schacken! Das ist der Kugel! Loll Fresse! Geil! Für mich sieht es nicht gerade wie eine Schinni-Welt aus. Aber das werden wir zum Schluss eh sehen. Ich bin der Kugel! Einmal der Stelle! Genau! Was? Zinner! Zinner der Spinner! Zinner, Zinner! Zinner, Zinner! Oh nein! Okay! Schilling! Stimmt! Wir werten die Bucasse Download null! Perfekt! ich mach mal hier und hier und hier bin ich wieder müssen wir schauen wir gleich ich bin Zena und ich bin Oberfeldwebel 2 ja und jetzt und es war und ich will weg und ich will weg von hier ja da war doch er war gerade noch bei der großen Fensterscheibe und ich will weg und jetzt will ich schaue es nicht ich man muss nicht alles auf der Welt verstehen oh st oh no Taktik nach warte das ist gar nicht mal so dumm mit einem Spawnschutz runter springen hat man nicht gewährleistete Sicherheit m m h der Cheater und er hat es nicht leise diese sc leute die gehen mir doch nie eier ich weiß und jetzt beschimpfe ich schon sicher ein paar gute let's player aber es ist so Ich kann mir da nicht helfen. Was? Alter, wo kriegt man so eine Maske? Ich laug mich doch mit einer Orion-Sniper. Und dann spielst du das rein. Wo ist er hin? Ich check's nicht. Ich check's nicht. Menno, immer werden sie mich hoch. War ich gerade nicht gerade noch am Arsch? Mein Schuss! Der unmittelbar. Der Treffer. One-Hit-Kill. Der... Der Treffer. 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 waaat alter, ich hab abgedrückt geht das euch in die Tartschritzerin? Ich hab' die schon im Visier, du Penner. Du Kli- Bord. Ja, eigentlich wäre ich im Sniper hier sogar besser. Oh, mein Computer. Oh, jetzt bin ich ein bisschen zu nah am Dings gewesen. Am Mikro. Jetzt hab' ich daran gewischt. Jetzt wird wahrscheinlich die Aufnahme gesahlt. No! Oh shit, das kann heftig werden. Ich hab' Angst. Weil mit einer Sniper im Nahkampf bist du, ey, da auf dich. Nein! Weil einer Ohren. Zum Nahkampf. Oh, ich hab' wieder angeditscht. Uh, ne goldene Waffe. Ohren. Gut gemacht. Zum Nahkampf und zum... Snipern? Was? Das ist irgendwie... ne. Scheiße. Wo ist er? Nein, ich habe ihn verfolgt! Nein! Na, komm, scheiße. Das ist irgendwie nicht ein... Ich helfe dich durch, bitte! Oh nein, da ist noch ein... Ich helfe dich nicht. Das ist ja. auf jeden Fall nicht da verrecken, mein Spezialgebiet naja, ok, da komm ich schon über die Zeit ich meine, ich mach jetzt einen Aufnahmestab weil jetzt dauert das nicht ich schon ziemlich lange Sekunde, berichten ja, haben wir schon 17 Minuten ungefähr ungefähr naja, ok gehen wir noch weiter zurück ok, bis zum nächsten Mal, ciao